ARD Text im Auftrag von Funk Okay, das ist zu. Ach nee. Was zum Teufel ist das? Alle verlassen mich. Sogar Rose. Ich will nicht allein sein. Da ist auf jeden Fall auch ein Schatz. Hm. A Benevieto 87,6. Hier soll ein Schatz sein. Donners Kleid. Kann ich aber nicht nehmen. Kann ich nicht nehmen. Vielleicht muss man irgendwas noch aktivieren. Dann kipp deine Erinnerung ab. Okay. Geht auch nicht. Aha. Okay. Was zum Teufel. Okay. Ist irgendwo was? Nein. Können wir nicht mal aussammeln. Okay, es geht nach oben. Der Schatz lockt natürlich, aber ich konnte ja nichts machen. Vielleicht fährt da irgendwas hoch oder sonst irgendwas. Wenn wir hier irgendwas dann aktivieren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will ich diese 30.000 zusammen haben. Come with me, Ethan. Apropos, wir können ja mal die andere Knarre auswählen. Auf die zwei. Die vollautomatische ist bestimmt auch nicht so verkehrt. Jetzt geht es wieder raus oder was? Ich bin bekloppt. Ach du Scheiße. Ei, 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 ei. Haus Beneviento. Da war doch was. Irgendwas mit dem Gartentypen da. Ah, ist dieses komische Geisttypvieh hier. Irgendwas, diese kleine. Erstmal umsehen. Nein, wollte ich doch noch gar nicht. Ich wollte doch noch gar nicht rein. Ich wollte mich doch erstmal um die Ecke hier noch umgucken. Okay. Jetzt gehen wir rein. Foyer. Okay. Er ist dicht. Wenn wir da drüben gucken, ob da was ist. Kommen wir nicht rein, weil es versperrt ist von der Seite. Okay, good to know. Untenlang geht es auch noch weiter. Und dann sind wir hier irgendwo. Auf der rechten Seite geht auch noch was weiter. Wir gucken jetzt mal unten. Unten. Was ist das denn? Äh, drehen. Was für so ein Krautzeugs. Okay, er ist dicht. Sieht alles sehr sauber aus bisher. Bisschen zu sauber für meinen Geschmack. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist das Haus von Eason. Nichts drin, ne? Okay, also wie gesagt, da kommt man nicht weiter. Oh doch, hier geht's weiter. Okay, hier wird's ein bisschen schäbig. Okay. Okay. Nichts. Ein Lift wieder. Okay, verfahren wir mit dem Lift. Ja, das geht. Geht nur runter. Okay, dann fahren wir runter. Wenn ich, müssen wir vielleicht wieder hoch, weil das ist hier irgendwie... Ich wundere, dass es hier keinen Loot gibt. Okay, dann gehe ich erst mal nicht lang. Und das sieht nämlich hier wie ein abgeschlossener Bereich aus. Okay, ich habe mich geirrt. Es geht dort weiter. Okay. Okay, ist dicht. Äh, da sind wir noch nicht durch. Na, das wundert mich total. Das ist das andere Teil. Ich wäre eine viel bessere Tochter als Rose. Bitte, darf ich bei dir bleiben? Für immer. Was? Wo ist meine Waffe? Das gefällt mir nicht. Manneke. Arm untersuchen. Blickwinkel ändern. Unterarm entfernen. Ja, komm. What? Okay, den haben wir. Ring abziehen, ja. Blutiger Ring. Ei, ei, ei. Augen untersuchen. Auge bewegen. Okay. 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 Sehr interessant. Ach, da ist auch noch was. Rechte Schulter untersuchen. Ah. Silberner Schlüssel. Okay, Blickwinkel ändern. Hier ein Schlüsselteil. Aufziehschlüssel. Silberner Schlüssel. Schere entfernen kann, okay. Okay. Wir brauchen eine Schere. Wir können speichern. Also wenn wir hier speichern können, dann ist das schon wieder so eine Sache. Wir können hier speichern. Wir können in die da rein. Aha. Okay. Jetzt wird es so interessant. Was ist das hier? Medizinzimmer. Wo sind meine Waffen? Das ist viel wichtiger. Wasser. Ah, warte mal. Den blutigen Ring damit benutzen. Ehering. Okay. Gut to know. Äh, von der anderen Seite verschlossen. Okay. Von der Seite verschlossen. Äh. Dann macht da noch was. In die Richtung. Ich habe so das Gefühl. Der oder diejenige wollte sich eine neue Mia machen. Was ist das hier? Äh. Ehering. Okay. Könnte man hier etwas einsetzen. Symbol wählen. Ach hei je. Drei Augen. Okay. Ach, warte mal. Ja. Könnte ich jetzt irgendwie was nehmen? Nee, ne? Was hat denn das mit dem Gesicht auf sich? Ein Adler. Hm. Hm. Das Puppen-Rätsel. Warte mal. Was haben wir denn hier? Können wir uns den Ehering mal angucken? Aha. 0, 5, 29, 11. 5, 29, 11. Okay. Alles klar. Also irgendwann braucht man ein Code. Da kommen wir gerade nicht rein. Hier ist auch nichts. Hier kommen wir auch nicht rein. Mal gucken, wo muss es einen Code geben. Ah. Wie war das? 25, 11, ne? Warte mal kurz. Ehering. 0, 5, 29, 11. Okay. 0, 5, 29, 11. 0, 5, 29, 11. Müsste es sein. Schau, schau. Sind wir hier hinter? Kommen wir wieder raus, oder was? Ich hätte gerne meine Waffen wieder. Die Tür ist aufgegangen. Ein Erinnerungsstück an meine Zeit mit Eason. Leider spielt sie nicht mehr. Okay. 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 where's Rose? She's everything to me. I think it's time you left things in my arms. Come on. Rest now. Untertitelung des ZDF, 2020